Du befindest dich gerade super stark im Abiturstress und möchtest nicht deine Gesundheit opfern und zwar weder psychisch noch körperlich, dann ist dieses Video genau richtig. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und der Traumabiturschnitt ist natürlich schon wichtig, weil er einfach über deine gesamte Zukunft entscheidet, aber was wir in dem Prozess, diesen Traumabiturschnitt zu erreichen, natürlich nicht opfern möchten, ist deine Gesundheit. Denn Gesundheit ist, wie es klischee-mäßig auch immer heißt, wirklich das Wichtigste im Leben. Das habe ich selbst schon in meinem Leben erleben dürfen. Ich zum Beispiel habe immer wieder Probleme mit meinem Rücken, wenn ich halt so viel arbeite, das ist logisch, aber du musst halt wirklich dich darum kümmern, wie du es wirklich schaffst, da auch einen Ausgleich zu schaffen. Und genau das möchte ich auch für euch, weil glaubt mir, ihr wollt es nicht haben, dass ihr dann irgendwann einen tollen Abischnitt habt, aber dann mit 25 irgendwie schon im Rollstuhl sitzen müsst, weil ihr die ganze Zeit so gebuckelt da saßt oder was auch immer. Und wie ihr euch auch einfach mental so kaputt gemacht habt, dass ihr einfach überhaupt nicht mehr klarkommt auf euer Leben. Und das mag für manche krass klingen, aber ich kriege es ja bei euch immer wieder mit. Für einige ist das Abitur eine extrem hohe Belastung. Und genau dafür, dass wir es eben da schaffen, dass wir da auch gesundheitlich möglichst gut durchkommen, jetzt eben hier die wichtigsten 5 Sachen, die du beachten sollst. Keine Ahnung, äh, keine Ahnung, keine Angst. Es wird nicht sonderlich komplex, sondern es sind ganz einfache Dinge, die du aber halt wirklich machen musst. Ja, bei Gesundheit weiß jeder eigentlich schon, was das zu tun hat. Das Wichtigste ist nur, dass du es wirklich, wirklich machst. Und da wäre natürlich zum allerersten Punkt mal eine Sportroutine. Auch in der Abiturvorbereitung, wo du das Gefühl hast, ich habe eh keine Zeit mehr, ich muss so viele Dinge machen, glaubt mir, für Sport ist immer Zeit. Du musst ja nicht 3 Stunden ins Fitnessstudio gehen oder irgendwie einen halben Marathon laufen, aber zumindest einfach so ein Workout daheim, so 10, 20, 30 Minuten, auf jeden Fall. Eine kleine Runde im Block, 20 Minuten joggen, auf jeden Fall. Hauptsache, du bleibst einfach in Bewegung. Einfach nur dabei zu bleiben beim Sport ist das Entscheidende. Und es fördert vor allem auch dein Lernen. Denk nicht, oh, da gib mir deine halbe Stunde ab, die ich nicht zum Lernen habe. Im Gegenteil, durch die halbe Stunde, die du da Sport machst, wird dein ganzes Lernen in allen anderen Stunden sowieso viel, viel besser. Deswegen integriere unbedingt eine Sportroutine. Plan es auch ganz klar in deinen Lernen und Zeitplan fürs Abitur ein, damit du da wirklich auch echt auf Nummer sicher gehst. Dann zweitens, Mobility-Übungen am Morgen. Das mache ich selbst auch jeden Morgen. Es hilft unglaublich, speziell für so Nacken-, Rückenverspannungen. Denn das würde ich einfach integrieren in deine Morgenroutine, dass du da halt wirklich das jeden Tag machst. Und so halt wirklich dann auch, ja, dich einfach darum kümmerst, dass du halt nicht irgendwie in der Videobesäule oder so irgendwelche Probleme hast. Da habe ich auch extra ein Video für euch aufgenommen, was ich euch einfach jeden Morgen anschauen könnte. Das findet ihr auch hier rechts oben im i-Verlegt. Könnt ihr einfach draufklicken, euch abspeichern in der YouTube-Playlist. Und dann könnt ihr halt einfach jeden Morgen dieses Video anschauen. Macht die Übungen, die ich da vorstelle. Und dann habt ihr auch keine Rücken- und Nackenverspannungen mehr. Drittens, Meditation. Das könnt ihr nämlich auch gleich mit diesen, ja, Morgenübungen einfach verknüpfen. Das bedeutet, dass ihr wirklich einfach davor, danach, ihr einfach hinsetzt. Wenn ihr noch nie meditiert habt, einfach nur 2, 5, 10 Minuten. Setzt ihr einfach hin. Und achtet auf euren Atem, ja. Ich selbst meditiere jeden Morgen eine ganze halbe Stunde. Ähm, das heißt, ich, allein 3,5 Stunden meiner gesamten Woche verbringe ich in der Meditation. Ähm, und es bringt wirklich unendlich viel. Und gerade, um wirklich auch vom Geist her, vom Kopf her klar zu sein, runterzukommen, zu entspannen. Was gerade, wenn die Abiturprüfungen immer, immer näher rücken, einfach so super wichtig ist. Dafür unbedingt Meditation. Ist auch nicht schwierig. Egal, was du bisher davon gehört hast. Einfach hier rechts oben im i unser Video zum Thema Meditation anschauen. Dann weißt du einfach sofort auch, ähm, was du machen musst. Und dann weißt du da bestens Bescheid. Dann, äh, äh, der dritte, äh, sorry, der vierte Punkt, ähm, den du machen kannst, gerade wenn du gerade merkst, ey, ich hab gerade richtig Panik vorm Abitur, ist dir aufzuschreiben, wovor du denn überhaupt Panik hast. Ja, also zum Beispiel auch im Coaching, ähm, im Trauma-Abitur-Coaching haben wir das letztens mit einer Teilnehmerin gemacht, dass wir gesagt haben, weil sie hat ja gesagt, so, ey, das Abitur kommt immer näher. Ich mach mir einfach Stress. Ich mach mir einfach richtig, richtig Stress. Ähm, und was ich, ähm, sie dann hab machen lassen, ist, dass sie 20 Mal den Satz Abitur ist vervollständigt hat. Ja, das heißt, da kam sowas raus wie, ähm, Abitur ist eine Hürde auf dem Weg zu meinem Traumstudium. Abitur ist, ähm, eine Möglichkeit, seine Noten zu verbessern. Abitur ist, ähm, oder sind eigentlich nur vier große Prüfungen. Und alles möglich, ja. Und dann merkst du nämlich, wenn du das selbst mal ausschreibst, wirklich 20 Stück, nicht nach vier wieder aufhören, sondern wirklich 20 Mal das Ausschreiben, weil da kommen ganz verschiedene Sachen raus. Und dann schau dir mal an, ähm, welche von den Sachen, die du da aufgeschrieben hast, was davon wirklich diesen, ähm, Stress auslöst, ja. Also wenn du halt zum Beispiel das Abitur, das war zum Beispiel bei ihr auch der Fall, wenn du das Abitur als so ein, als so ein großes Unwetter siehst, was so irgendwie auf dich zukommt, du weißt nicht genau, was da ist, dann ist es kein Wunder, dass du da Panik hast. Und was du dann eben machen kannst, wenn du das aufgeschrieben hast, dass du, ähm, dir dann überlegst, wie könnte ich das Abitur denn aussehen. Ja, zum Beispiel einfach als, als richtig geile Chance, um eben die Noten noch zu verbessern. Meistens hast du sowohl positive als auch negative, ähm, Gedankengänge in Bezug aufs Abitur. Und dein Ziel ist da dann eben, dir den Negativen bewusst zu machen, weil das leitet so einen psychologischen Prozess ein, wodurch das Ganze sowieso aufgelöst wird, weil du selbst merkst, dass es dir nicht dienlich ist, so zu denken. Und auf der anderen Seite kannst du dich natürlich noch stärker, ähm, immer wieder dran erinnern, ähm, wie du das Abitur dann auch sehen könntest. Und dieser positive Blinkwinkel wird dir einfach richtig viel helfen. Ähm, und bei ihr, bei der angesprochenen Teilnehmerin, die macht es halt fast, ich sage so, 80% des Drucks ist komplett weg. Deswegen, ähm, macht diese Methode unbedingt, weil wir natürlich mit ihr auch noch mehr im Coaching gemacht. Ähm, aber das löst für euch schon richtig, richtig viel. Fünftens, block dich gegen äußeren Druck. Das ist ganz entscheidend. Egal, ähm, woher der kommt, ob der von deinen Eltern kommt, ob du das Gefühl hast, dass deine Freunde viel mehr lernen, ist egal. In der Abiturvorbereitung wirklich nur auf dich selbst fokussieren. Ähm, wenn du dir Selbstdruck machst, dann mach eben sowas wie Abitur ist, oder schreib dir auf, ähm, meine Leistung ist, oder was auch immer. Hauptsache du wirst dir mehr bewusst darüber, wie du eigentlich denkst. Ja, wie du über Noten denkst, Lehrer denkst, Schüler denkst, ähm, über dich denkst, über deinen Erfolg denkst, über das Abitur denkst, über die Oberschule denkst. Weil dadurch, dass du das alles auflockerst, ja, dadurch, ähm, löst sich das Ganze dann auch. Aber ansonsten, ähm, alles, was nicht in dir liegt, sondern was von außen kommt, dagegen schützt dich einfach. Du brauchst nicht anfangen, ähm, jetzt noch kurz vor knapp, deine Eltern davon überzeugen, dass sie dir weniger Druck machen sollen, ähm, oder dass sie dir mehr Druck machen sollten, oder dass deine Freunde mehr oder weniger lernen sollten, oder dass sie mehr oder weniger dir davon erzählen sollten, wie viel sie lernen, sondern block dich einfach dagegen ab. Ja, das bedeutet, du sprach einfach mit deinen Eltern zum Beispiel nicht mehr über das Thema Abitur, so wie fernmöglich, ähm, frag deine anderen, ähm, Freunde nicht nach, wie viel sie aktuell lernen, sondern fokussiere dich einfach nur auf dich selbst, ähm, und dann bist du auch auf dem richtigen Weg, ähm, genau. Wenn du garantiert auf dem richtigen Weg sein möchtest, natürlich unser Traumabiturcoaching, wie am Ende von jedem Video. Ähm, ich kann's nur wirklich empfehlen, alle Teilnehmer, die drin sind, sind, ähm, super, super happy, ähm, wir erzielen mega gute Ergebnisse in kürzester Zeit, nach ein, zwei Wochen wirst du merken, ey, es hat sich so viel getan, was ich nie gedacht hätte, was möglich ist. Und auch wenn du das Gefühl hast, ey, bei mir, ähm, kann ich, kann ich vom, vom Lernen und so gar nicht so viel optimieren, ich mach mir einfach nur Druck, ja, dann komm unbedingt ins Coaching, bei guess what, du wirst richtig gut lernen, und der ganze Druck wird dir alles versauen, und das macht mich einfach sautraurig, dass ich ganz genau weiß, dass egal, wie sehr ich mich auch mit dem Channel anstrengen, und das in jedem Video sage, ähm, mit dem Coaching, dass trotzdem dieses Jahr wieder Tausende, wenn nicht Zehntausende, ähm, Abiturienten in diese Prüfungen laufen, und dann am Ende sich super vorbereitet haben, aber sich trotzdem einfach deswegen verkacken werden, weil sie einfach mit dem Druck nicht umgehen können, und genau dafür haben wir auch das Coaching da, ja, das ist ein ganz elementarer Teil, wie du wirklich auch mit dem Druck umgehst, dass du halt wirklich das, was du halt verdient hast, dann auch wirklich rausbekommst, dass du halt dann am Ende auch den Schnitt hast, ähm, der hat dir einfach gehört, ja, lass dich nicht vermasseln, bewerb dich aufs Coaching, damit wir da wirklich auch auf Nummer sicher gehen können, und ansonsten, denk dran, Link dazu ist natürlich, wie immer, in der YouTube-Beschreibung, denk dran, ich glaub an dich, und wir beide hören uns dann im nächsten Video, dein Leo.